Die Welt des Alles Die Welt des Alles Die Welt des Alles Die Welt des Alles Keiner hätte jemals daran geglaubt, damals am Ende des 19. Jahrhunderts, dass wir aus der unendlichen Weite des Alls beobachtet würden. Niemand konnte sich vorstellen, dass wir sogar genau untersucht wurden, so wie man unter dem Mikroskop fimmelnde Bakterien in einem Wassertropfen beobachtet, wie sie sich vernähert. Nur wenige Menschen dachten überhaupt an so ein Leben auf anderen Planeten und dabei trafen uns schon aus diesem unermesslichen Raum die neidvollen Blicke von Wesen, die uns weit überlegen waren. Erst langsam, dann immer bestimmter wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören. Uns zu zerstören. Uns zu zerstören. Niemand Niemand Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020